Herzlich willkommen hier auf dem UU-Kanal. Heute mal ein Video aus der Jugendherberge. Ne, nicht Jugendherberge, aus dem Jugendwohnheim. Während meiner Berufsschulzeit. Ich sitze hier gerade auf meinem Bett. Und da ist Essen und Trinken. Ja, ich wollte eigentlich nur mal so ein bisschen erzählen. Wie gesagt, Berufsschule aus dem wunderschönen Hermsdorf. Das heißt eigentlich nur ein Baum. Ja, ist ziemlich cool hier. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Das Video soll eigentlich nur so ein kleines Infovideo sein, wo man sich so gerade aufhält. Ich wollte eigentlich heute ein Pausenvideo machen. Hat leider nicht ganz geklappt. Deswegen mache ich jetzt eins aus meiner Herberge. Und ich habe geplant, ich werde im November wieder hier sein. Und dass ich im November dann, ich sag mal, ein Vlog mache. Täglich. Halt von Montag bis Freitag. Und das zwei Wochen lang. Muss ich aber noch schauen, ob das so funktioniert, wie ich das will. Ob ich dann so Zeitraffer-Videos mache oder halt zusammengeschnitten, das weiß ich noch nicht. Ja, das Video hier wird am Freitag hochgeladen. Also am 15.9. Und ja, wie gesagt, Berufsschule ist jetzt nicht gerade das, was ich gedacht habe. Aber es ist schon chilly. Vor allem mit so einem Baum, der gerade voll abgeht, weil Wind. Und wie gesagt, mein Zimmer zeige ich dann nächstes Mal mal. Oder ich werde nächste Woche noch ein Video machen. Wie gesagt, ich bin nächste Woche nochmal von Montag bis Freitag hier. Das heißt, vielleicht mache ich auch nächste Woche schon so eine Vlog-Serie. Aber ich wollte es eigentlich zwei Wochen lang machen. Und ich wollte eigentlich auch Montag ein Video machen, wie ich ankomme. Habe ich vergessen. Gebe ich ehrlich zu. Ist blöd gelaufen. Ja. Muss ich sehen. Ja, also auf jeden Fall werden nächste Woche noch Videos kommen. Ich werde aber auf jeden Fall morgen ein Video machen. Morgen ist ja, wie gesagt, Freitag. Äh, wie ich nach Hause dudel. Also dann Nachmittag. Und, äh, also wenn ich dann Schulschluss habe, Mittag. Und ja. Mal sehen. Zumindest dieses kleine Infovideo soll es erstmal gewesen sein. Aber es werden noch mehr kommen. Wichtig. Es kommen noch mehr. Und, ja. Dann wünsche ich erstmal viel Spaß. Ein verträumtes Wochenende. Und man sieht sich. хочешь. Tschüss. Ich lese�.